Ich muss arbeiten. Da bleibt keine Zeit für die Feuerwehr. Ich habe Angst vor gefährlichen Situationen. Bei der Feuerwehr sind die Kameraden eine eingeschworene Gemeinschaft. Da findet man eh keinen Anschluss. Ich habe keine Zeit. Ich habe Familie. Bei euch kann man nur mitmachen, wenn man fit ist. Bei Einsätzen sieht man oft schlimme Dinge. Da sind sie wieder. Die Leute von der Feuerwehr. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bei Einsätzen gibt es auch Aufgaben in den hinteren Reihen. Bei der Feuerwehr gibt es verschiedene Aufgaben. Wir finden für jeden den richtigen Job. Wir zusammen sind eine große Familie. Wir sind Kameraden, Freunde und Familie. Bei uns ist jeder willkommen. Du kannst auch helfen, ohne dich in Gefahr zu bringen. Für Einsätze wirst du von der Arbeit freigestellt. Der Ort. Witch Untertitelung des ZDF, 2020